Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rush of Blood So, auf in die nächste Horrorfahrtrunde hier Ah, ich leh mich mal ein bisschen zurück Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid Ihr seid hier natürlich richtig bei Trans17TV Euer Transac am Mic Und los geht's Gucken, ob ich das auch ohne Ich glaube, oben muss ich nachladen, genau So, ich halte die mal so am besten Wow, wow, wow Oh, hier habe ich jetzt Oh, oh, oh Alter Schwede Wow, mein Herz Ist die nah gekommen Alter Schwede Okay, okay Wow, wow, wow Also, das geht Mit dem Wildness geht das auch ganz gut Ich hätte hier jetzt die Weiche stellen können Aber ich fahre hier ruhig mal durch Ah ja, genau Habe ich hier jetzt auch Schrot Das ist cool Sehr geil Das passt doch mal zu Halloween Was haben wir da oben Schönes Oh Oh Puh Noch greifen mich die Vögel nicht an Und, oh Hier ist es Ziemlich Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Was ist hier los Mega schnell geworden Oh Oh Wow, wow, wow Und jetzt geht es hoch Oh krass rush of blood das ist doch mal ein spiel nach meinem geschmack hier ich liebe geisterbahn fahren eine alte leidenschaft so eng schauen wir mal ein bisschen runter hier ist wieder ordentlich niedrig und ich glaube hier geht es wieder nach unten und wir kommen ins hotel ins rush of blood hotel das musste doch jetzt will ich nicht sein ich habe mein mikro hier extra ein bisschen leiser eingestellt das sind die vom sofa freil ja die feuer ja genau die feuerkraft so ist zwischen anders ist aber nicht schlecht muss ich sagen mit dem joystick man kann recht gut reagieren das nachladen ist ein bisschen nervig aber das gilt nun mal dazu einen schönen headshot würde ich noch gerne hinkriegen ja da war er hier kann man nix heißen und jetzt kommen die mit laternen hier mit petroleum laternen an und jetzt kommen die mit guter wo 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 da kommt bestimmt irgendwo wieder was wo 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 her sie kommt doch bestimmt noch mal von hinten bestanden bis hier richtig außer atem hier da hätte man auch fahren kann um gottes bin ich echt cool gemacht wer das spiel nicht liebt der tut mir leid muss ich ganz ehrlich sagen also das ist wirklich für die wea das beste was ich bisher gespielt habe na da ist eben eine tür ich traue dem frieden hier nicht es geht hoch wuuh wuuh na hier passiert doch bestimmt da irgendwas es wird schon wieder so dunkel hier mal den ganzen fisch an den kopf abschießen hier hier Oh, shit, das ist immer. Oh, shit. Oh. Oh mein Gott Okay Okay, okay Wie sieht das mit meinen Points aus? 206.665 Okay Wenn das nicht mal der wahre Horror hier ist, dann kann die auch nicht mehr helfen Okay, sieht gut aus mit meinen Points Jo Wow, richtige Wummen Ich glaube, jetzt geht das zur Sache hier Das sieht fast danach aus Ich würde mal sagen, da kommt bestimmt gleich oben jemand Mal zwei Oh nee Glaube ich Oh shit Oh shit Jetzt geht das aber zur Sache hier Jetzt kommen die Soms Oh, jetzt geht das ab hier, mein lieber Schmarrn Oh Oh, meine Hände Ja, das hast du dir so gedacht, mein lieber Und ein schön auf ihr dickes Unterteil Ich glaube, ich habe es da hinter mir Ich glaube, das überlege ich nicht mehr Oh 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 Komm, gib mir ein bisschen neben sie, dann geh wieder Oh, mir geht es gar nicht gut hier Oh, sollte ich es vielleicht geschafft haben Oh, ich glaube nicht Oh, ich glaube nicht Oh, was ist das, der Filmvieh Oh, meine Hand fällt gleich ab Oh 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 Ich glaube, ich habe es geschafft Oh 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 Das glaube ich auch Oh Krass Das war ja wohl mein Hardcore Level hier Was geht ab So, meine Lieben Das war eine spektakuläre dritte Folge Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen und hoffe ihr lasst ordentlich Likes da, würde mich sehr freuen oder wenn ihr einen Kommentar lassen wollt, dann macht das doch gerne. Wir sehen uns beim nächsten VR Gaming. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, haut rein, bleibt gesund und ciao.